So, liebe Solution Reaction Zuschauer, was geht ab? Heute ein legendäres Video aus meiner Vergangenheit. Das Video ist hier neun Jahre alt. Neun Jahre. 16.000 Likes, das ist für die Zeit krank. Und auch ein Video von mir mit fast einer halben Million Klicks. Insane. Skype-Confie-Ausraster wegen MB2. Ihr werdet es sehen. Ich schäme mich dafür jetzt heutzutage. Ich schäme mich dafür heutzutage. Aber wir werden uns das angucken. Puh, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Kommentar für den Algorithmus droppen. Sehe ich euch. Kuss, kuss, kuss. Danke für den aktuellen Kranken-Support auf diesem Kanal. Freut mich sehr, mal was hochzuladen und die Kommentare zu lesen. Mashallah. Ihr seid die Echten. So, rein da. So genuschelt damals. Stimmt, die Stimme. Und wie ich gejammert habe. Oh, es ist so cringe. Es ist so cringe, Digga. Ich kann mir das eigentlich nicht reinziehen. Ich will eigentlich gerne abbrechen. Oh. Oh nein. Ich war sehr los. Alter. Mein Name ist so scheiße auf der Xbox. Lige. Das ist eine lage der Aussage. Warum? Digga, als ich das vor zwei Monaten gespielt habe auf der Xbox, Alter. Mann, ey, war so göttlich, Alter. Und jetzt spiele ich so wie Krieger, Alter. Das ist so eine scheiße, Mann. Oh Gott, ist das gespürt. Oh, ich kann... 26, 12. Ich kann mich aufhängen gehen, Alter. Dann hast du hier schon einen Strick genommen und einen wackeligen Stuhl, du hast. Pro Cringer 5-Sams wäre ich arm. Alter, wenn ich dieses aufregen, Alter. Meine gute Spieler facken es halt ab, wenn man schlecht ist, Alter. Das ist auch abartig, Mann. Ich wäre auch nie das richtiger Bob. Irgendwie, das war ungewinnig. Was habe ich da gesagt? Das weiß ich bis heute nicht. Irgendwie, das war ungewinnig. Also, ich glaube, das hier ist ziemlich akkurat. I don't know. Nein, 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 nein. Das ist, wenn du mich jetzt... Ich fick deine ganze Generation. Er liegt am Boden. Du kannst... Nein, nein! Ach, tot. Ach, tot, okay. Ne, das ist einfach nur... Traumhaft. Also, ich habe jetzt wieder ein neues Ziel gesetzt. Und das Ziel ist so utopisch. Das ist eine Quad-Nuke in Herrschaft. Das ist... Machbar. Machbar? Machbar. Also, ich habe das schon fast eingeschafft. Boah, ich war auch so sauer. Und Kevin, immer mit dem Shit-Dog und Krieger auf, wie sie mich getiltet haben. Oh, da war ich... Ja, könnt ihr euch ja ausrechnen. Das ist neun Jahre her. Obwohl, ich weiß nicht genau, wie lange das wirklich her ist. Der Upload kam nämlich ein bisschen später. Aber ja, könnt ihr euch ja ausrechnen. Bin hier in 26. Eine Nuke hat sich schon gefallen. Hat sich schon geändert, dass du dich nicht aufgenommen hast. Wie ich da genuschelt habe. Ja, weil ich vorhin noch nie drauf gesuckt habe. Die Jungs cut's nur ab. Okay, okay. Ich habe gerade Harry am Standort. Bin kurz oder AC. Bin im Gegner spawnen. Mit der Spaß zwölf only. Also, jetzt gleich reicht's. 10 zu 0. Da ist er. Los, Harry. Gleich mit Blau, Püssel. Ja, glaube ich auch. Setz das jetzt schon mal ab. Oh nein, oh nein. Oh, da ist einer. Harry macht keine Kids auf Easter. Ah, da ist der AC. Da ist die AC so. So. 11 zu 0, AC raus. Und oh, so viele Gegner sehe ich. Nein, die sind gar nicht im Haus. Nein, die sind nicht im Haus. Oh. Oh, das sind so viele Gegner. Oh Mann. Das, die mich auch nebenbei aufgenommen haben, ne? Also, ich war damals wirklich so das Paradebeispiel für ein kleines Kind, was einfach nur ausrastet beim Zock und richtig ätzend ist, so. Das, die mich noch nebenbei aufgenommen haben, gottlos. Ist denn zu duschen? Ist denn? MAULE! Mann. Ich zähl keine Technologien! Das ist ein Ding in der. Oh Mann. 11 zu 0. Oh. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier geht es von. 19 Mäu. Und dann geht es von AC total. So leise auch alles. Oh mein Gott. Die Scheiße ist nur, dass sich sein Headset Light aufstellt, wenn er so rumbrüllt. Ist echt schade. Dann hörst du dieses kleine Zwischenbenudeln nicht mehr. Oh, da ist der Sniper. Bissi. Monto von mir geklaut, kapi. 23! So nein, online. Zwei von Juk. 24. 24. Wolle. Nein! 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 Ah, ein Sniper mit Barett! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er kommt hochgesprändet mit Barett normal im Vollmantel und schießt einfach nur los! Oh mein Gott. Graue in Vollchat. Halte die Fresse, ihr kein Wichser. 24-0. 24-0, ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Ich hätte Sekunden runterziehen können, wenn ich sterbe. Ich schwöre es dir jetzt machen können. 5, 4, 3 und tot. Ich schwöre es dir jetzt machen können. So lächerlich, dieses Spiel. Packst du da Hardline rein? Jetzt ist es egal. Ich bin schon wieder voll heißer, ey. Packst du da Hardline rein? Das ist einfach ein guter Call. Ich brauche Taschtduch. Das ist so geil. Das ist wirklich geil. Nee, das ist gottlos. Das ist nicht geil, das ist gottlos. Ich bin der, der keinen Duke mache. Schließe ich meinen Kanal und verkaufe alle Konten, die ich habe. Das stimmt. Na, na! Schenkst du mir MW2? Halt's den Maul! Du willst vielleicht mal 30 K-Kons geben, du Wichser! Oh, die Legende. Damals schon nach Coins gebattelt in FIFA. Damals hat Krieger immer das krasse Team gehabt. Und ich habe immer wieder nach Coins gebattelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Headclitch Team mit Farmers. Ich bin LO-Tracks. Ich kann nicht spielen. Da noch die Carsten Frons. Headclitch mit Farmers. In Stand-Altur. Was ist denn das denn? Das ist eine Scheiße, Mann. Ich will einer was zum Spiel erzählen, der sich über einen der Nuke feiert. Oh, so cringe ist es so cringe. Ich schmerzt. Wenigstens kriege ich eine zusammen. Warte. Was ist? Diese alten Kamellen-Shits sind so schwierig, die sich hier anzugucken. Das ist so schlimm. Halt! Skateboard! Da kommt doch die geilen Kinder. Die gleiche konnte es machen, dass das alles nicht gestellt ist. Nein! 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 Komm, Mann, du Lansch. Alta Mary, ja. Oh Gott, sie einen Kavir gehabt. Kuss. Legende. Jetzt wieder ein Kavir. Oh Mann. Also ich weiß nicht, ob ihr das lustig findet, auch Zuschauer, ich weiß nicht, ob ihr das lustig findet. Aber ich als Person, das bin ja ich so, vor ein paar Jahren, da wo man auch so jung war und so ausgerastet, also ich cringe mich nur weg im Innerlichen. Und ich, das sind die längsten sieben Minuten, die ich jemals gespürt habe in meinem Leben. So lange sieben Minuten. Mein Tag ist ja mir rettet. Ja! Wochenende kam. Ja. Shit on it. Spawn, bitte. Spawn, bitte. Und, oh, Zweiter wieder. Oh, Zweiter. Oh, super, du hast Skill, du hast Skill, ja. Oh ja, Wizzle, Wizzle, X-Tier, Digga, ja, Mann. Woherrscht dieses Spiel? Oh, bitte sei zu Ende. M9-Camp, ich mal. Ey, ich weiß nicht, ob ich breche das Spiel gar nicht durch, Mann. Oh, das tut so weh. Und, oh, nein. Sniper Knife Runner, Alter, mit Hork. Ja, das ist lustig. Wie steht's denn? Äh, ist schon eine jetzt die Runde. Und die Endscore 41, an dem man, ne, noch nicht ganz. Ich bin meine Flagge gesichert. Perfekt. Also, 41 Kills, 16 Tode und 11 Assists. Perfekt. Lächerlich. Easy Upload. So. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen darf, du schließt jetzt deinen Kanal und verkaufst deine Konsolen. Ja. Ein Mann, ein Wort, man kennt ihn. Das ist so lächerlich, dieses Spiel. Mann, ich, 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 was bringt mir denn das? Ich fag mich da doch eh nur ab, Mann. Ich hab 15, ich hab 14 Controller kaputtgeschlagen, 14 Stück hab ich kaputtgeschlagen. Muss ich mal einfach das Gummikopfen. Und... ...zahlen wir nicht so, wie dass ich die überhaupt finanzieren kann in die Scheiße. Da war so ein Partner hinterher geflamed. Oh, Mann. Ich muss es aus Nostalgie-Gründen liken, aber ich... Also, das ist... Oh. Ui. Und damals schon, ich war 15 oder so, und ich hab einmal 14 Controller kaputtgeschlagen. Was bin ich für ein kranker Typ gewesen? Ja. Da muss ich auf jeden Fall los. Da muss ich groß. Uff. Uff. Wird zähn. Wir werden den Kommentar nicht vergessen. Schreibt mir eure Magen dazu in die Kommentare. Also, ich kann es mir nicht geben. Sage ich ehrlich. Uff. Tellizier als Kind. Juni, ich kann es mir nicht geben. Ich kann es mir nichtstellen. Vielen Dank.